Hallo, ich bin Christian, einer der Gründer von Parlamind. Wir sind ein Team von künstlichen Intelligenzforschern und digitalen Unternehmern mit über zehn Jahren Erfahrung. Parlamind hat sich zum Ziel gesetzt, eine künstliche Intelligenz zu bauen, die den Kundenservice von Unternehmen revolutionieren wird. Parlamind zeichnet dabei besonders aus, dass wir eine Technologie demokratisieren, die vorher nur Großunternehmen zur Verfügung gestanden hat. Mit wenig Zeitaufwand kann Parlamind eingerichtet werden und übernimmt ab da den Kundenservice, wie zum Beispiel die Beantwortung häufiger Fragen oder Adressänderungen. Gehen Sie jetzt auf parlamind.com und informieren Sie sich, machen Sie einen Demo-Termin mit uns aus. Wir freuen uns auf Sie. Auf Ihrentens Ojouf